Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mathis Elstermann und in dieser Lernheit geht es um die Unterscheidung zwischen lokalen und globalen Variablen bzw. erst einmal um globale Klassenvariablen. Was ist damit gemeint? Eine kleine Einführung. Alle Variablen, die wir innerhalb von Methoden deklarieren, nennt man lokale Variablen, weil sie wie hier zum Beispiel die Variable i lokal in einer Methode existieren. Und das trifft auch auf die Parameter zu, wie zum Beispiel hier das String Arcs. Das sind Parametervariablen, sie werden auch formale Variablen genannt, aber sie werden größtenteils genauso behandelt und sie funktionieren auch genauso wie alle anderen lokalen Variablen mit dem Unterschied, dass sie eben nicht in der Methode selbst deklariert wurden, sondern zu ihrer Signatur gehören, also in ihrem Methodenkopf deklariert werden. Und lokale Variablen werden aus dem Arbeitsspeicher entfernt, sobald eine Methode durchgelaufen ist. Man hat jedoch auch die Möglichkeit in Java, Variablen außerhalb von Methoden zu deklarieren. Diese heißen dann generell gesehen globale Variablen und sind in allen Methoden bekannt. Das heißt, jede Methode kann auf sie zugreifen. Diese globalen Variablen existieren, solange die Klasse, das Programm, in der Java Virtual Machine geladen ist. Und erst wenn sich die gesamte Java Virtual Machine beendet, werden auch diese zerstört. Und eine Besonderheit ist, dass man ja normalerweise nicht in einem Kontext zwei Variablen mit dem gleichen Namen deklarieren kann. Ich kann in einer Methode nicht zwei Is haben, ich kann innerhalb von einem Vorblock nicht mehrere Is deklarieren. Bei globalen Variablen ist das anders, da tatsächlich lokal Variablen den gleichen Namen haben können wie globale Variablen, diese dann aber verdecken. Das ist möglich, vielleicht als Anmerkung. Allerdings sollte man solche Situationen vermeiden, gerade weil es möglich ist. Und das Bessere ist einfach keine gleichen Namen für sowas verwenden, aber es geht und wir zeigen gleich auch, was es damit auf sich hat. Eine weitere Anmerkung ist hier, dass man globale Variablen genau wie Methoden als Static deklarieren kann. Und in dem Moment spricht man dann von diesen globalen Variablen, die das Schlüsselwort Static davor haben, als Klassenvariablen. Sollte zusätzlich auch noch das Schlüsselwort Final dazustehen, das ist also sich um eine Konstante handeln, spricht man natürlich dann von Klassenkonstanten. Damit eine Klassenmethode auf globale Variablen zugreifen kann, müssen diese eben mit Static deklariert worden sein. Also Klassenmethoden können nur auf Klassenvariablen zugreifen, beziehungsweise wenn eine Variable, eine globale, nicht mit Static deklariert wurde, dann handelt es sich dabei um eine Instanzvariable und auf die kann man dann wie bei Instanzmethoden nur über das Mittel der Instanzen zugreifen, beziehungsweise mit einem Objekt. Und das gehört zum Themengebiet der Objektorientierung und wird dort dann auch nochmal in entsprechenden Lerninheiten behandelt. Um das Ganze nochmal kurz verständlich zu machen, schauen wir uns ein kleines Programm an. Hier haben wir die Klasse Methods Demo und hier haben wir jetzt eine globale Klassenvariable deklariert. Sie steht einfach frei im Quelltext und ist ansonsten erst mal eine normale Variablen-Deklaration mit Datentyp, Datennamen, auch gleich eine Initialisierung und eben davor das Schlüsselwort Static. Theoretisch kann man auch noch Public und Private davor schreiben, was aber erst im entsprechenden Kapitel berücksichtigt wird. Dann haben wir hier eine Main-Methode und in der Main-Methode haben wir jetzt eine zweite Variable i, die als lokal bezeichnet wird. Und das ist gültig, weil eben lokale und globale Variablen den gleichen Namen haben dürfen. Allerdings verdeckt das lokale i hier das globale i. Dann gibt es noch ein System-Out-Befehl. In dem Fall wird hier eine weitere Methode aufgerufen, myIntReturningMethod, die so aussieht. Wir haben hier eine Methode, publicStaticInt gibt eine int zurück und in dieser Methode wird einfach nur gesagt, return ein Wert plus i. Und dann haben wir hier oben noch einen zweiten Aufruf, myVoidIntReceivingFunction. Da wird ein i übergeben als Parameter und die Methode selber hat als Parametername auch ein i und hat, da sie void ist, nur ein System-Out-Befehl hier drin, wo nur draufsteht, nothing to return here und i, Doppelpunkt und der Wert von i. Die Frage ist natürlich, was ist der Output von diesem Programm? Und das schauen wir uns einmal im E&E an. Wir öffnen den Jaliot und lassen das Programm einfach einmal laufen. Und das erste, was hier passiert ist, der Jaliot, der versucht, das Ablaufverhalten der Java Virtual Machine zu visualisieren. Er hat die Klasse MethodsDemo geladen. Und jetzt haben wir hier in der Klasse eine Klassenvariable. Die entsteht hier in der KonstantenArea. Wir haben hier eine Integer i. Außer dieser globalen Variable wird hier nur das StringArrayArgs schon mal vorbereitet, was aber leer ist, weil wir hier keine Parameter angegeben haben. Und hier wird jetzt zuerst noch der Wert 200 der Variablen zugewiesen. Und dann wird tatsächlich erst die Main-Methode gestartet. Und in der Main-Methode ist der erste Befehl, wir deklarieren ein lokales i und weisen ihm den Wert Art zu. Und man sieht jetzt hier, dass beide i's existieren. Wir haben einmal hier das globale i, was zur Klasse gehört. Und wir haben hier einmal das lokale i, was nur auf diesem Bereich, wo oben drüber Main-Methode steht, existiert. Jetzt kommen wir zum nächsten Befehl. Der Befehl lautet, starte die Methode myIntReturningMethod. Also springen wir hier runter. Die Methode wird geladen. Und der Befehl lautet, nimm dir den Wert 598.8, konvertiere ihn zu einer Int. Und dann hole dir den Wert aus i. In der Methode myIntReturningMethod existiert kein i, aber es existiert ein globales. Also schnappt er sich den Wert aus dem globalen i, rechnet die beiden Sachen zusammen und gibt diesen Wert zurück an die Stelle, wo er aufgerufen worden ist. Das ist hier der System-Out-Befehl in der Main-Methode. Und so wird der Wert 798 ausgegeben. Und jetzt kommen wir zum Aufruf myVoidIntReceivingFunction i. Der basiert in der Main-Methode. Und hier haben wir jetzt die Auswahl gehabt zwischen dem lokalen i und dem globalen i. Und er hat sich, faul wie er ist, gesagt, ich gehe nicht zum Supermarkt vor die Stadt. Ich gehe zu meinem kleinen Laden um die Ecke und besorge mir den Wert aus diesem i hier, weil die erstmal gleichwertig sind. Und das ist genau, was hier passiert ist. Dieser Mechanismus des Verdeckens, dass halt, wenn ein Befehl in einer Methode steht und es ein lokales i gibt, dann wird immer auf die lokale Variable zurückgegriffen, wenn sie denn passt. Wie hier. Also wird sich der Wert 8 genommen und nicht der Wert 200. Unser Wert wird jetzt in die Methode myVoidIntReceivingFunction geladen. Und diese hat ein Parameter. Der heißt auch i. Dort steht jetzt der Wert 8 drin. Das ist natürlich ein anderes i als das der Main-Methode, weil das ist ein lokales i, was lokal in dieser Methode existiert. Und das ist natürlich dieser Parameter. Wir haben jetzt hier in den Klammern den Aufruf, baue den String zusammen. Und jetzt soll er sich auch einen Wert i nehmen. Und er hat wieder zwei zur Auswahl. Er hat das lokale i hier und das globale i. Und jetzt sollten Sie raten, welcher es sich nimmt. Das lokale verdeckt natürlich. Das globale ernimmt sich hier das lokale i und baut deswegen den String 8 zusammen. Und das ist auch einfach die Ausgabe hier von diesem Programm. Damit ist dieses Programm auch beendet. Und der Output ist eben genau der gezeigte. Und so haben Sie gesehen, dass auch globale Variablen genutzt werden können, um Informationen von einer Methode zur nächsten zu transportieren. Also neben den Parametern einer Methode haben Sie auch die Möglichkeit, Daten in globale Variablen zu speichern. Und diese dann in anderen Methoden, wie zum Beispiel hier, aufzurufen. Im Allgemeinen sollte man das allerdings nur machen, wenn diese Variablen tatsächlich von vielen verschiedenen Methoden gebraucht werden. Wenn es ein zentraler Punkt ist, da Sie dauerhaft Arbeitsspeicher verbrauchen. Und wenn es tatsächlich nur, wenn es eine Methode ist, die etwas ausgeben soll, zum Beispiel das i hier, dann ist es in der Regel immer besser, Parameter zu verwenden, weil die weniger Nebeneffekte oder Seiteneffekte erzeugen können als globale Variablen. Denn bei globalen Variablen kann man, gerade wenn man mehr als drei Methoden hat, schnell die Übersicht verlieren, in welcher Methode wann zu welchem Zeitpunkt auf diese globale Variable zugreift. Das ist weniger problematisch bei globalen Konstanten, die ja nicht verändert werden können. Aber bei lokalen Variablen kann man leicht bei größeren Programmen die Übersicht verlieren. Und daher sollte man sich eben gut überlegen, ob man globale Variablen einsetzt. Aber es gibt definitiv Anwendungsfälle, bei denen das eine gute Idee ist. Damit ist diese kurze Lerneinheit auch schon wieder abgeschlossen. Mein Name ist Mathis Elstermann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg in kommenden Lerneinheiten. Vielen Dank.